Herzlich Willkommen hier ist User Paul mit dem Thema Firefox OS Apps Deinstallieren und das ist leichter als man denkt. Man klickt einfach etwas länger auf die App die man deinstallieren möchte dann erscheint bei jedem Icon oben links ein roter Kreis mit einem weißen X und dort klickt man dann einfach drauf um die App zu deinstallieren. Dann wird der Vorgang gestartet und den Vorgang kann man abbrechen mit dem Button abbrechen und mit dem Button löschen kann man den Vorgang bestätigen. Einfach draufklicken und die App ist weg. Das war User Paul von OpenScreenCast. Ciao und viel Glück!